Lara, falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reier und eine Eklipse. Bin unterwegs. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis wird. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Edzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Ich physicians nicht. Ich weiß. So viele Gefallene, viel mehr Rebellen als Kultisten. 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 Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. So viele Gefallene, viel mehr Rebellen als Kultisten. So viele Gefallene, viel mehr Rebellen als Kultisten. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Das ist großartig. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Ätzli. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Wenn er geopfert wird, ich... Wenn er da ist, was ich tun kann. Wir haben jetzt eine große... Wir haben jetzt ein Kultist. Wenn er das öftert. Wenn er das über die Schwäche geschickt ist. Wenn er das zu kultisten kann. Ich hände, dass er das nicht so lange macht. Ich schlange. Ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Ich habe dich zu lange weitermachen lassen. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, Herr Ruinfrieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onurato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles, als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So, wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bring sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein. Du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen. Vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. wieder. Was? Ja. Leute. Das war ein Kelly. Das war ein. Ich stehe. Das war ein Jim Kil Acts 5. Mike. Ich stehe. Das war diese Schatos. Ich stehe. Das war die Schatulle. Ich stehe. Es habe auch leben. Ich stehe. Ich stehe. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespült? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Ja, wir müssen uns beeilen. Oh, 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 oh. Ja. Das war knapp. 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 Duedy. Das war knapp. Du. Das war knapp. Derамен. Ich glaube, das war's. Unuratu! Verdammt. Ah! 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 Nimm die Entschlüsse. Komm, ich will dir etwas zeigen. Ah! 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 Ja. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Hier lang. Und nun sind die Welt, die unsere Sicherheit und unser Leben bedrohen. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt. Aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Ku-Vulkan ein Opfer dar. Als Bitte um Schutz vor der nahen Entschuldigpinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Hm. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ja. Komm! Euch seid Aufweis, dieser Rebellen! Jetzt! Wer hat keiner vor Ort! Glauben ihm all diese Leute? Sie haben Angst? Um das mit gutem Ort? Wir sind gleich da. Das Grab ist hinter der Tür. Komm. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das Grab ist da oben. Auf der Statue. Ich pass aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss. Bereit dich und Umuratu rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Okay. 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 Yeah. Gut, die komm ich rein. Tja. Sieht aus wie mein Eingang. Tja. Tja. Lara, wo bist du? Im Kaisergrabe. Gleich hab ich was wir brauchen. Wir sind bereit. Dafür hab ich nicht genug Platz. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay, die Eklipse und der Reihe. Tja, was hab ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Mit der Schale befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Hier ist Commander Rourke. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Honoratu! Nein! Gib das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht. Rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Ich werde dich nicht ertäuschen. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. mit dem boot wir bereiten uns auf den kampf vor die rebellion muss siegen willkommen zurück mit der schatulle viel erfolg wenn ihr zurückkehrt sind wir bereit und was jetzt wir fahren zurück nach kuwak jaku und sehen dann wie es weitergeht und